Hallo und herzlich willkommen. Es hat wieder einen Patch gegeben und den schauen wir uns heute an. Und auf vielfachen Wunsch werde ich diesmal auch alles für euch übersetzen. Es handelt sich um den Update Patch 0141 und es geht los mit den Major Fixes. Fixed an issue where the game would always crash and save data would be corrupted when the total number of Pauls captured by the guild reached approximately 7000. Also das war auch im letzten Patch schon so, dass sie das Problem behoben haben, wenn man als Gilde mehr als 7000 Pauls gefangen hat, dass dann der Spielstand kaputt war. Und jetzt kommt das Interessante, das erwähnen sie nämlich jetzt. In the previous Patch, save data that had already been in the state for servers, the servers' world data remained in a broken state that made it impossible to load. But after applying this patch, it will be resolved and will load properly. Also sie haben es so weit gefixt im letzten Patch, dass dieses Problem nicht mehr vorkommt. Aber sie sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen, nämlich die Spielstände, die schon kaputt waren, sind mit dem jetzigen Stand wieder in Ordnung. Das heißt, sie sind jetzt ladbar. Das heißt, die Leute, die ihre Welt hatten, die von diesem Fehler betroffen waren, können jetzt ihre Welt weiterspielen. Falls sie sich nicht gelöscht haben oder sowas. Aber finde ich eine mega, mega coole Sache hier von Pocket Pair, dass sie das rückwirkend gepatcht haben. Das ist nicht selbstverständlich. Fixed an issue where some weapons equipped by other players would disappear when a player used a grenade in multiplayer. Das heißt, es gab wohl ein Problem, ich spiele im Singleplayer, daher, wie gesagt, die Multiplayer-Sachen kann ich nie bestätigen. Es gab wohl ein Problem, dass Waffen verschwunden sind, ausgerüstete Waffen, wenn ein Spieler im Mehrspieler-Modus eine Granate verwendete. Das soll jetzt nicht mehr passieren. Fixed an issue where although the displayed capture probability increased when the capture power was strengthened with Liff-Monk-Effigies. The capture probability did not actually increase at all due to an internal processing bug. Also, es gab, es gibt ja diese Liff-Monk-Statuetten, diese grünen Dinger, die man sammeln kann. Und wenn man da genug von sammelt, kann man seine Fanggeschicklichkeit steigern bis maximal Level 10. Es hieß, dass das aktuell sich nachteilig auswirkt, das heißt, die Fanggeschicklichkeit sinkt sogar. Hier im Text sagen sie jetzt, dass es aufgrund eines internen Verarbeitungsprozesses überhaupt nicht angestiegen ist. Also, ob es jetzt ein Debuff war oder überhaupt gar nicht gewirkt hat, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist dieses Problem insgesamt behoben. Das heißt, wer jetzt mit seinen Liff-Monk-Statuetten die Fanggeschicklichkeit auf 10 maximiert, hat jetzt eine höhere Fangwahrscheinlichkeit. Also, das funktioniert jetzt. Dann kommen wir zu den Base-Related-Sachen. Also, basisbezogen, lagerbezogen. Fixed an issue where if a paw that was manually assigned to a breeding farm went to sleep and it would not wake up forever. Es gab wohl ein Problem, wenn man jetzt seinen Paltz der Zuchtfarm zugewiesen hat, was ja im letzten Patch eingeführt wurde, dass es jetzt auch funktioniert, dass die Paltz in den ewigen Schlaf finden und nie wieder aufwachen. Ist gefixt. Fixed an issue where no wood would drop when a paw at the base fell the tree. Also, es wurde ein Fehler behoben, dass wenn ein Paw in der Base ein Baum gefällt hat, kein Holz gedroppt wurde. Dieser Fehler ist auch behoben. Und dann zum Schluss anderes. Implemented countermeasures against some cheats and exploits. Also, gegen cheats und exploits sind einige Gegenmaßnahmen eingeleitet worden. Und dann schreiben sie noch, wir werden die Entwicklung fortsetzen mit der Behebung der wichtigen Probleme, der höchsten Priorität. We will continue development placing top priority on fixing major problems and issues. Das heißt, wir können davon ausgehen, im nächsten Patch oder in den nächsten Patches vielleicht noch nicht irgendwelche wichtigen Änderungen reinkommen, sondern erst mal nur weiter Probleme gefixt werden, was aber vollkommen in Ordnung ist. So, das war's. Wie gesagt, war ja auch nur ein kleiner Patch, aber mit einigen sehr wichtigen Änderungen. Also, gerade das mit der Lift-Mount-Statue hätten wir die meisten Spieler betreffen. Mit der Zuchtfarm wahrscheinlich auch. Und für all diejenigen, die von dem Problem betroffen waren, was die 7000 Gegenstände oder die 7000 Palls angeht, dass sie jetzt ihre Spielstände rückwirkend wieder funktionssüchtig gemacht haben. Dicke Shootout hier an Pocket Bear. Das war's. Danke und ciao.